Liebe Mitglieder der Landsitzliebe, mein Name ist Julia Kostina. Ich habe die letzten fünf Jahre in der größten russischen Öko-Siedlung gelebt, namens Petrusia. Morgen wird mich Arnie interviewen. Morgen werden die ersten Interviews stattfinden und danach wird es regelmäßig Interviews geben, die hier im Kanal Landsitzliebe veröffentlicht werden. Und da werde ich berichten über mein Leben, wie ich nach Russland gekommen bin, wie ich in die Öko-Siedlung gekommen bin, was ich dort erlebt habe, was Siedlungsleben bedeutet, warum ich jetzt wieder in Deutschland bin. Und ich werde super gern auf alle Fragen eingehen, die von eurer Seite kommen. Das heißt, ihr könnt super gern eure Fragen in die Kommentare oder als Kommentar unter diesem Post hinterlassen. Und dann werde ich sehr gern darauf eingehen in den Interviews. Und die Interviews werden nicht live stattfinden, sondern wir werden sie aufzeichnen. Anni wird sie aufzeichnen und dann regelmäßig veröffentlichen. Es wird auch live Frage- und Antwortrunden geben. Darüber erfahrt ihr auch hier im Kanal. Und auch dort kann man dann live Fragen an mich stellen. Wer morgen schon möchte, dass ich auf Fragen antworte, der kann heute und morgen gern seine Fragen hier hinterlassen. Ich freue mich auf eure Fragen.